So, weiter geht es mit Tekken 2. Hayachi ist dran. Den haben wir im ersten Teil nicht gespielt. Tja, warum wohl? Weil er einfach scheiße schwer. Also für mich relativ zu hart freischaltbar war. Muss ich auch unter 5 Minuten 30. Musste ich einen beliebigen Charakter. Das ist ja an sich schon cool. Aber ich durfte kein Continuo verbrauchen. Das war zu schwer leider für mich. Habe ich nicht geschafft. Ja, habe ich echt nicht geschafft. Finde ich selber sehr schlimm. Also ich habe natürlich mein Bestes gegeben so, aber absolut keine Chance. Das höchste, was ich geschafft habe, war tatsächlich bis Stage 8. Aber dann hat Stage 8 fertig gemacht. Also ich kam gar nicht erst zu Hayachi. Leider. Ja gut, und gegen Hayachi wäre es dann halt auch sehr, sehr schwer gewesen. Muss ich sagen. Also es war mehr Glücks, äh, sehr großes Glücksabhängigkeit, aber das habe ich generell in Videospielen eigentlich ja selten. Muss man so sagen. Es ist leider so, wie es ist. Es ist leider so, wie es ist. Hm. Es ist leider so, wie es ist. Es ist leider so, wie es ist. Leute, jetzt kriege ich aber auch Smart von ihr, ne? Trotz, dass ich am Blocken war. Ja komm, gib doch den Tritt einfach, ey. Ganz ehrlich, du brauchst mich doch nicht aufstehen lassen. So ganz ehrlich, mach dir doch eh nie. Hammer. Egal, endlich besiegt. Ich muss zugehen, was wir da benutzt haben, um dieses Knackgeräusch zu machen. Ich mein, das hört sich gut an, so ne? Na gut. Wenn er blockt, dann haben wir leider keine Chance. Angst. So schnell hat dein Comeback wieder... What? Junge, ich muss mühsam kämpfen und die müssen einfach nur drei Schläge machen und das war's. Haben sie mich schon wieder rausgeholt, so. Beziehungsweise eingeholt heißt das ja dann eher so, ne? Ja, was ist das denn, bitteschön? Das kannst du doch nicht machen, Alter. Das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht machen, Alter. Oh, dann funktioniert das Blocken hier auch wieder nicht, ey. So, Reisewatt, ey. Okay. Na endlich. Haben wir nicht geblockt. So, wir haben einen Leer. Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. So ein bisschen, ey. Sauerreisewatt, ey. Das ist doch Sauerei, ey. Oh, okay. Okay. So, ich bin, ey. Ich bin, ey. Gut, man kann sich das Ende wahrscheinlich schon vorstellen. Das ist das gleiche, müsste sein, wie Kazuya im ersten Teil es gemacht hat. Naja, aber er hat wenigstens ne Devil-Form, Hayashi hat das nicht. Meine Fresse, Alter, wie oft blockst du denn noch, ey? Kannst du das nicht machen, Alter. Ich hab dich so gut drauf gehabt und dann musst du immer nur blocken. Und kontern. Das ist doch langweilig. Ja gut, da hast du jetzt auch voll ne Chance gehabt. Und bedenke, dass dieser Heap schon wieder so viel gezogen hat, dass es zu viel war. Wir haben trotzdem gewonnen. Endlich. Jaja, in den Vulkan geschmissen. Na gut, Leute. Das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns im nächsten. Bis gleich.